So, die Frage ist nach der Ursache der Krankheit. Warum werden wir krank? Wo liegt der Grund unserer Krankheit? Und wir haben gesehen, es gibt eine Kette von Reaktionen, wir haben Gene, Keime, die Prostatavergrößerung, den Nierenstau. Aber alles, was wir so sehen in unserem medizinischen Bereich ist, aha, die Nierenstau ist wegen der Prostatavergrößerung, dann sagen wir, okay, die Prostatavergrößerung wissen aber jetzt nicht, woher sie kommt oder Prostata-Krebs, weil wir wissen nicht, woher beginnt die ganze Kette der Reaktion. Und ich denke, wenn wir nicht den Beginn wissen, wissen wir gar nichts. Und deshalb haben wir in der Medizin 90% unserer Krankheiten, wissen wir nicht, woher sie kommen. Hätten wir aber die Angaben über die Gesetze des Lebens, dann wüssten wir genauestens, woher die Krankheit kommt. Ohne Wenn und Aber. Schauen Sie dadurch, dass ich diesen Beginn kenne, weiß ich sofort bei meinem Patienten, wo ich hin muss, damit er versteht, warum er krank ist. Und das ist auch schön. Ja, als Arzt nicht hilflos zu stehen, ist eine gute Sache, weil wir stehen häufig, stand ich, stand ich früher hilflos. Sicher, ich stehe ja heute noch hilflos. Ich hatte gestern, gestern? Oder vorgestern einen Patienten, ähm, ich glaube, war gar sogar gestern, der Mann kam, hat schon seit zwei Jahren, nimmt er stark ab, ist ganz, ganz abgemagert und man sah ihm an, dass er Krebs haben muss. Ja? Und er hatte tatsächlich einen großen Tumor, der, ja, heiser war er schon über ein Jahr, der von seiner linken, nein, von seiner rechten Mandel runter wuchs, bis zu seinem Kehlkopf und dort alles verdrängt, ja, und jetzt konnte er kaum mehr trinken. So. Aber er war ein sehr einfacher Mensch. Konnte auch nicht richtig so kommunizieren. Er lebte alleine, kein Vater, keine Mutter, keine Leute, keine Verwandtschaft, ja, so durch Alkohol, durch Rauchen. War ein Zustand, wo ich nicht viel mit ihm reden konnte. Und dass ich ihm sage, okay, ja, so konnte ich ihm nur weiter beweisen, ja, was wollen wir machen? Der Tumor ist wahrscheinlich inoperabel, vielleicht gibt man ihm noch eine Bestrahlung. Aber er wollte auch nicht so unbedingt ins Krankenhaus gehen und ich habe ihm gesagt, Sie entscheiden, Sie dürfen zu Hause bleiben. Ich meine, es ist ja, wir haben die Verwaltung letztendlich, es ist nicht unser Leben, aber wir haben die Verwaltung über unser Leben. Und dann stehe ich auch da und denke, ich hätte gern geholfen. Aber wenn man nicht etwas erklären kann, kann man nicht helfen. Ja, deshalb müssen wir diese Dinge, solange wir Verstand haben, verstehen, damit wir es umsetzen können. So, das Erste, was ich gestern Abend erklärt habe, ist, dass das Grundgesetz des Lebens, können wir es auch sagen, dass alles, was sich bewegt, wird bewegt. Das heißt, nichts auf dieser Welt ist ein Perpetuum mobile. Nichts kann das, was er produziert, als Input nehmen und als Energie verwenden. Ja, es gibt also keine Energie, die ein Mittel oder die eine Zelle oder irgendjemand verwendet, das er aus sich selbst herausholt. Die Energie ist immer extern. So, das Leben ist abhängig. Die Zelle kann nicht auswählen, ihr Grundbedürfnis, aber sie hat Grundbedürfnisse, sie hat feste Grundbedürfnisse, die nie veränderbar sind. Und die Zelle kann sich selber nicht schaden, sie hat ja keine Kraft dazu. So, deshalb ist der erste Punkt, wenn ich gestern Abend versucht habe, klar zu machen, ist, wenn ich einen Menschen habe, einen Patienten mit der Krankheit, dann gucke ich mir an, ist er geschlagen worden, ist er gefroren oder nicht? Und dann schaue ich, was sind die Grundbedürfnisse, was schädigt ihn? Ich weiß, er selbst, das heißt, die Zelle, der Körper kann sich selber nicht schaden. Die Krankheit kommt immer von außen. Wenn Sie das einmal verstanden haben, dann müssen Sie dabei bleiben. Und der Grundsatz ist immer so, die Krankheit kommt immer außerhalb der Zelle. Deshalb muss ich sehen, was kann der Zelle Schaden anfügen, damit sie hier unten nicht mehr das tut, was sie normalerweise tun soll. Das ist der erste Grundgedanke, den wir verstehen müssen. Das Leben kommt von außen. Und die Ursache der Krankheit ist immer extern. Kommt immer von außen. Ja? So. Wenn das ein Grundgesetz ist, und es ist wirklich ein Grundgesetz, niemand kann uns da widersprechen, weil niemand kann es anders machen. Das ist so. Das kann mir niemand widersprechen und dann ergibt es auch keinen Widerspruch. So. Und jetzt kommen wir zu den Grundbedürfnissen. Ich gucke mir an, was braucht die menschliche Zelle, weil wir finden Zellkrankheiten und ich möchte wissen, was macht die Zelle krank? Und dann gucke ich, die Zelle braucht Sauerstoff, Wasser, Nahrung, Wärme, Schlaf, Sonnenlicht. Und wir haben gesehen gestern Abend, wichtig, die Zelle braucht Gedanken, damit sie existiert. Ja? So. Ist eines meiner Argumente, dass die menschliche Zelle, wenn wir sie vom Körper trennen, wissen sie, dass sie nicht ewig leben kann? Das heißt, sie kann sich nicht vermehren, sondern irgendwann mal stirbt sie ab, ganz egal, wie gut die Verhältnisse sind. Warum stirbt sie ab? Ja, ist ganz klar. Weil dir die Gedanken fehlt. Deshalb sind auch alle unsere Experimente, die wir mit Zellen machen, mit menschlichen Zellen, die außerhalb des Körpers sind, immer ein Mangelgeschichte, weil das Wichtigste, was die Zelle am Leben erhält, werden wir sehen, sind die Gedanken. So. Deshalb muss sie irgendwann mal sterben. So. Wir haben gesagt, das sind diese Bedürfnisse. So gehe ich durch und frage mir, fehlt dem Menschen Sauerstoff, fehlt dem Wasser? Und in 90 Prozent der Fälle finde ich, dass ihm da die ersten sechs nicht fehlen, aber in Gedanken hat er ein Problem. Und die Gedanken drehen sich immer um die Liebe. So können wir sagen, die Liebe ist ein Grundbedürfnis für die Zellen. Ist ein Input. Ist da Energie. Ist Kraft. Und dann haben wir gesehen, wenn das hier der Mangel ist, dann muss ich wissen, wo und wie entsteht der Mangel. Und deshalb müssen wir die Organe sehen, die die Versorgung vollziehen müssen. Und wir sehen, die Lunge muss den Sauerstoff in das Blut bringen. Ja, können wir ohne Lunge leben? Nein, es gibt kein Leben ohne Lunge. Gibt es ein Leben ohne Magen und Darm? Nein, auch das muss da sein. Gibt es ein Leben ohne die Haut? Gibt es nicht. Ohne Gehirn sowieso nicht. Und ohne Augen gibt es zwar, aber die Haut ist da, die dann diesen Teil übernehmen kann, dass die Sonne in den Körper kommt. Aber wer bringt die Gedanken rein? Und ich habe gestern Abend versucht, das sehr ausführlich anhand unseres Gehirns zu erklären. Das ist jetzt für die, die heute das erste Mal sind, gebe ich zu, ein bisschen kompliziert. Aber das ist unser Hirn. Und wir haben in unserem Gehirn zwei Bereiche. Wir haben einmal die Hirnrinde, wo der ganze Mensch vertreten ist. Wo das Denken, der Willen, die Motivation, die Wahrnehmung ist. Und der ganze Mensch wird gelenkt über Drähte, kann man sagen, oder über Bahnen. Das sind alles Nervenbahnen. Und die erste Station der Nervenbahn ist das limbische System. Das ist das Hormonsystem. Und dann gehen die Nerven weiter in den Rest des Körpers. Und ich habe gestern Abend versucht, anhand von Gefühlen und Gedanken zu zeigen, dass der Mensch einen Geist hat. Ich wollte, dass wir das beweisen, dass der Mensch nicht nur Zellen ist. Und ich möchte zeigen, dass wir Gefühle und Gedanken haben. Und haben wir Gefühle und Gedanken, dann müssen die einen Ursprung haben. Und wir haben gesehen, dass die Gefühle aus der Zelle kommen und die Gedanken aus dem Geist. Und wir haben gesehen, dass der Mensch in sich selbst einen Widerspruch hat. Das heißt, er kann etwas fühlen und etwas anders denken. Er kann Hunger haben und der Gedanke sagt, ich gebe dir nichts zu essen. Der Körper kann sagen, du bist jetzt müde und kann dir Müdigkeit machen, aber du sagst, nein, ich muss jetzt durcharbeiten, weil ich muss die Sache noch fertig machen. So, wir haben einen Widerspruch in uns. Und dieser Widerspruch führt immer zu Ungunsten der Zellen und zu Ungunsten des Lebens. Ja, das muss immer leiden darunter. Und dieser Widerspruch können wir nicht erklären, wenn wir nur Zellen sind. Sind wir nur Zellen, haben wir keine Möglichkeit, weil die Zellen wollen immer leben. Sie wollen, ja, so deshalb brauchen wir die Gefühle, damit der Geist weiß, was die Zelle braucht. Und die Gedanken brauchen wir, damit die Zelle gesteuert werden kann. Wir haben gesehen, dass Gedanken für die Zelle immer Befehle sind. Gefühle sind für den Geist nur Bitten. Gefühle können den Geist nicht zwingen, etwas zu tun, aber sie sagen ihm, was im Körper los ist, gut oder schlecht. Aber die Gefühle sind Bitten, weil sie sind Ausdruck der Zellen und die Gedanken sind Befehle. Das heißt, wann immer wir etwas denken, wird in unserem Körper eine Reaktion ausgelöst. Ja, ganz egal, was wir tun. Der Gedenken macht immer im Körper eine Reaktion. Weil Gedanken Befehle sind. Meine Hand kann nicht meinem Gedanken widerstehen. Sie muss gehorchen. Ja. Und ich habe gestern Abend versucht zu zeigen, dass Gedanken für die Zellen Lebensenergie sind. Und das können wir anhand des Gehirns sehen. Das heißt, wir haben zwei Energieformen in uns Menschen. Wir haben die elektrische Energie und die chemische Energie, die Verbrennung, wie in einem Motor in der Zelle. Und die elektrische Energie, die ist der Beginn des Lebens. Das heißt, in der Hirnrinde kommt Elektrizität in die Chemiefabrik. Dann wird Chemie produziert und dann zusammen wird dann der Mensch gesteuert. Ja. Und diese Elektrizität kommt von dem Denken. Der Geist denkt und Elektrizität findet im Gehirn statt. So wie die Wind, der Wind die Windmühle dreht, so der Geist bewegt die Zellen. Die Zellen können sich selber nicht bewegen. Keine Zelle kann einen etwas tun, ohne dass der Geist ihr sagt, was sie tut. Ich könnte meine Hand nie bewegen ohne Geist. Wisst ihr das? Ja? So, weil der Geist alles tut. Leider sehen wir als die Wissenschaft sieht das Gehirn geistlos an, weil sie sagt, das Gehirn bewegt sich selbst. Das heißt, die Zellen machen den Strom, aber die Zellen benutzen den Strom. So, sie können ihn nicht machen. Ja? So, sie benutzen den Strom. Er wird in sie hineingelegt. Und das, da sind wir in der Medizin völlig falsch, weil wir dieses Grundgesetz der Energie vernachlässigen, dass wir wissen, die Gehirnrinde kann sich nicht bewegen, es sei denn, ein Geist bewegt sie. Aber wir sind auf der anderen Seite in der Medizin so klug, dass wir die Hirnströme messen. Ja? Ihr wisst, wir können Hirnströme messen, weil es sind ja Ströme. Es ist Energie, es ist Elektrizität. Und wann ist der Mensch als tot erklärt? Wenn keine Hirnströme mehr da sind, erklären wir einen Menschen als tot. Das heißt, der Geist macht keinen Strom mehr. Der Mensch denkt nicht mehr. So gibt es. Deshalb, aber dadurch, dass, wenn der Geist weg ist, gibt es immer noch ein bisschen Energie. Deshalb wachsen die Haare noch ein bisschen und die Zellen tun noch ein bisschen was. Ein, zwei Tage, bis der Strom ganz aus ist, überall. Ja? Weil er kommt ja von der Hirnrinde. So, das ist entscheidend, dass wir verstehen, dass wir einen Geist haben. Und dieser Geist ist das Organ, ich nenne das Organ, das wir in der Medizin vermissen. Das wir gar nicht sehen, weil den Geist sieht man nicht. Wir sehen immer nur die Folge dessen, was der Geist tut. Und deshalb sind wir blind. Würden in der Medizin der Geist anerkannt werden als eigene Entität, das heißt nicht als Zelle, nicht als Atom, dann hätten wir die Antwort auf alle Fragen der Ursprung der Krankheit. Dann würden wir nicht uns die Frage stellen, warum hat sich jetzt Brustkrebs gekriegt oder warum kam der Prostatakrebs oder warum kam das Ganze. Wir hätten genauestens eine Erklärung, warum das so gekommen ist. So, mit der Existenz des Geistes wissen wir, woher die Krankheit kommt. Weil in 90% weiß die Wissenschaft nicht, woher was kommt. Gehen Sie uns fragen, Sie irgendeinen Arzt. Er wird immer nur spekuliert. Er wird ihm nicht sagen, dein Herzinfarkt kommt davon. Naja, wenn du geraucht hast, sagst du, ah, der Rauch. Aber kann der Rauch das tun? Würde nicht den ganzen Körper dazu bringen, diese Dinge zu machen? So, der Rauch kann es nicht tun. Würde der Raucher es tun können, dann müsste es ja, müssten alle, die den Herzinfarkt haben, Raucher sein. Aber wir haben viele Menschen, die haben nie geraucht und rauchen nicht und haben dennoch einen Herzinfarkt. So, das Ganze, deshalb ist die Medizin immer sehr zurückhaltend. Kein Arzt wird sich trauen und sagen, tu das, und du kriegst keinen Herzinfarkt. Aber wenn wir wissen, woher der Herzinfarkt kommt, wenn wir wissen, dass er geistgesteuert ist, dann können wir ganz klar sagen, tu das nicht und du kriegst nie einen Herzinfarkt. Ist doch schön, oder? Ich habe durch diese Erkenntnis, wie der Geist funktioniert, wie Denken funktioniert auf dem Körper, zumindest mental, die Angst vor der Krankheit verloren. Ich kämpfe noch mit manchen Vorinformationen, die ich habe. Ich war zum Beispiel in diesem Jahr in Myanmar, Asien und dort gibt es ja Malaria und was auch immer es gibt für komische Krankheiten. Und ich mache natürlich keine Prophylaxe, ich nehme keine Tabletten ein. Ich gehe dahin. In meinem Kopf weiß ich, dass der keinem mir nichts tun kann. Ja? Rein theoretisch. Aber seht ihr, ich bin ein Produkt der Medizin. Und ich habe Dinge gelernt. Und dann kommt dann so ein Fragezeichen. Na ja, wenn es doch anders ist. Ne? Wenn dich so eine Stechmücke jetzt sticht. Und ich sage, ich weiß theoretisch, wenn sie mich sticht und sie kann voller Malaria sein, es wird bei mir nichts passieren. Ja? Ich werde keine Krankheit kriegen, weil der Keim kann nicht reinkommen. Schaut, die Leute leben dort. Ich habe dort die Leute anbetrachtet. Ich war gepanzert. Ja? So. Ich hatte lange, ärmliche Hemden. Ich hatte Socken an. Ja? Und es ist wirklich heiß. Lange, lange, lange Hosen. Ja? Und dann sehe ich die Leute, die sie dort, dort rumlaufen. Ja? In solchen, natürlich Schlappen hat auch ich an. Schuhe sind dort nicht gut. Ich hatte, ich habe mir einen Anzug mitgenommen. Ich werde nächstes Jahr, gehen wir wieder dahin. Und ich werde sicherlich kein Sakko mehr mitnehmen. Und ich werde nicht zwei Paar Schuhe mitnehmen. Ich war vor fünf Jahren in Kambodscha und deshalb muss ich irgendwie vergessen haben, dass man keine Schuhe dort braucht. Ja? Alle laufen in Flipflops. Ja? Das ist viel zu heiß. Und dann sehe ich diese Kinder dort. Sie laufen halbnackig rum. Ja? Sie haben, sie haben nur diese Schlappen an. Und sie haben einen Rock an. Wir waren auf einer Schule. Und ich bin dort so ein bisschen durch die, durch auf diesen, ja, man kann nicht weit in die Wälder hineingehen, weil es ja so dschungelartig ist. Ja? Und alles feucht. Und ich schütze mich vor jeder Schnack. Ja? Und man guckt rum. Und die Kinder laufen dort rum, sind zerstochen. Man sieht's. Ja? Ich schlafe im Hotel, da ist Klimaanlage und wir sprühen am Abend, dass ja kein Moskito irgendwo sich versteckt hat. Und diese Kinder in ihren Schlafzimmern, da ist alles offen. Ja? Alles offen. Und die Schnacken wüten. Und sie haben doch nichts. Sie haben doch nichts. Und die Fälle, die ich gefunden habe mit Malaria und Geschichten, ja? Da gab es immer ein geistiges Ereignis davor, dass Malaria entstehen konnte. So, ich war im Kopf, wusste ich, dass nichts passieren kann. Aber in der Realität habe ich es nicht geglaubt. Und so war ich, es ist ja nicht schlimm, sich zu schützen, ja? Ich meine, ich hasse Mücken oder so, diese Stechmücken. Ich mag sie nicht, ja, wenn sie so, iiiiih, irgendwo an einem, und es juckt, ja, da. Aber, aber, kann sie mir was antun oder nicht? Das ist die Frage. Außer, dass sie mich sticht und mich juckt. Muss ich sie fürchten? Oder muss ich sie nicht fürchten? Und, und in meinem Kopf weiß ich, ich muss sie nicht fürchten, aber ich musste feststellen, ich fürchte mich trotzdem. Versteht ihr? Es, für mich war es eine große Hilfe zu sehen, wie, wie Information, ja? Gegenseitige Information, die du in deinem Kopf beurteilen musst, dich unsicher macht. Ja, meine Kollegen und die anderen, die dort waren, wir waren ja neun, zehn Menschen, zehn Leute in der Gruppe, und zumindest mit denen, die ich gesprochen habe, die haben ihre Antimalaria-Mittel eingenommen, ja, und sich geschützt. Ich habe gesagt, oh, ich würde meine Leber das nie antun. Ja, aber, ich habe gesagt, ich prüfe es her. Und, es ist so entscheidend, dass wir unsere Information festhalten. Und ich möchte nächstes Mal, da ist mein Ziel, wenn ich da hingehe, ich möchte mich genauso fühlen wie die Einheimischen. Ja? Ja? Ah ja, dir gibst du eine Schnarke, du machst die mal weg oder so. Aber du bist nicht mehr übervorsichtig. Ja, du denkst nicht jetzt, hoffentlich beißt mich nichts und in drei Tagen geht das Flugzeug nach Hause. Ja, und ich komme hier weg und kann auch warten. Okay, ich muss mich nichts mehr fürchten. So, es ist so schlimm, aber wir müssen lernen, und das wollte ich sagen, diesen Gedanken, seitdem ich weiß, wie wichtig der Geist ist und was er tut an der Zelle und was möglich ist und nicht, habe ich die Angst vor so Krebs und Herzinfarkt und dem Ganzen, was die Welt plagt, und Zucker, Rheuma, Gelenksprobleme. Das habe ich alles verloren, weil ich weiß, das ist leicht zu bekämpfen, und das kann ich verhindern. Aber ich habe noch ein bisschen das Problem mit den Keimen, aber das ist ein schwierigeres zum Angehen, weil wir sind ja alle so gelehrt worden, die Keime, die Keime, die Keime, die Keime. Und ich muss sagen, in Rumänien, wo ich war, da sagen die Leute, im Wald spazieren zu gehen, ist eine Anmaßung. Ja, weil die könnten dich an die Zecke beißen und dann kriegst du Lime Disease. Und dann sagen, wir haben fünf, neun Fälle. Da sage ich, woher wisst ihr, dass die Zecke das gemacht hat? Wer kann beweisen, dass die Zecke diese Krankheit macht? Wer kann es beweisen? Wer will mir den Beweis bringen? Wisst ihr, dass es niemand beweisen kann? Aber ich kann beweisen, dadurch, dass die Geschichte dieser Menschen durchgehe, dass die Zecke es nicht ist, sondern dass es ein Problem ist, das da ist im Leben und der Keim ist nur sekundär. Nicht die Hauptursache, sondern die zweite Ursache. Bitte. Und was ist mit den Fällen, wie zum Beispiel in Europa war, ja, 100er Jahre, wann Pest kommt und halb Europa war tot? Nun, genau, die Pest ist ein gutes Beispiel für Ansteckung. Weil, wie viele Menschen müssen die Pest überleben, um zu beweisen, dass die Pest nichts tun kann? Einer. 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 Okay, einer muss überleben. So, wenn heute, ich erzähle, ich war vor einem Jahr auf einem Ärzte-Kongress, Gesundheitskongress, und in der Zeitung stand, in der Bild-Zeitung, groß, dass man irgendwelche Gurken isst, und dann hat man E-Eck, wie hieß der? E-Eck, ja, und so, und jetzt gehe ich, und wir sind sind dann im Restaurant unter Kollegen, und ich habe einen Kollegen, der sagt, ich habe meiner Frau versprochen, ich esse keinen Salat heute. Die Frau hat ja angerufen, hat gesagt, ich habe die Nachricht gehört, bitte isst keinen Salat. Ja, warum nicht? Und ich habe schon, natürlich, ich bin ein gläubiger Mensch, ich bin zu Gott gesagt, kann ich diesen Salat essen, oder isst irgendwas Schlimmes an den Salat? Und ich habe den Eindruck gehabt, es ist nichts Schlimmes an den Salat, ich kann ihn ruhig essen, er kann mir nicht schaden. Sicherlich, wenn Gift da drin ist, ist das nicht gut, aber die Hysterie einer Angst macht unheimlich krank, weil du kriegst am anderen Tag Durchfall von deiner Angst, und dann gehst du und hast ein E-Eck, ja, oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob ihr dieses, es gab so einen Cartoon über die Pest, der sagt, da ist der Pesterreger und die Angst. Und der Pesterreger sagt, ich habe, ich nehme, ich habe zwei Patienten oder zwei Menschen umgebracht, und der Angst sagt, ich habe hundert. Weil es ist nur eine Frage der Fähigkeit meines Körpers und nicht des Pesterregers. Wenn einer überlebt, beweist es, dass der Pesterreger nicht die Macht hat. Sonst müsste er alle wegputzen. Aber es haben mitten in der Pest, die Leute, die sie alle abgetransportiert haben und haben sie begraben, sie haben nichts gekriegt. Viele Kinder sind übrig geblieben. Eltern sind gestorben, Kinder sind übrig geblieben. Man hat damals dann, ja, kennt ihr ja vielleicht die Geschichte von Georg Müller, der hat dann diese Altenheime gegründet. Weisenheime, Entschuldigung, Weisenheime, wegen diesen Sachen. So, ja, die Erreger und der Pesterreger hat eine Folge, er macht irgendwelche Toxine, ja, die den Körper töten. Aber wie kann denn das Toxin, wie kann der Keim überhaupt in mir wachsen, wenn er keinen Raum findet? Ja, so, deshalb sind wir, der Wirt ist das Problem, nicht der Keim. Schaut, wir haben, und das ist das Schöne, es gibt immer wieder so Experimente, die wir machen, aber ich komme jetzt zum Thema ab, nämlich mit Keimen. Man hat den hochresistenten Staphylococcus aureus genommen und hat ihn getan auf Blutproben, auf, ja, auf Tier- und Menschenblut. Und das Erste, was man festgestellt hat, ist, dass auf Tierblut wächst er nicht. Also Tiere sind ziemlich immun gegen den Staphylococcus aureus. Und dann hat man aber auf mehrere Menschen Blut den Keim gelegt. Und der Keim, erstaunlicherweise, wächst nicht auf jedem Menschen Blut. So, an wem liegt es, dass der Keim wächst oder nicht? Ihr seid ja keine, wir können ja das alles überlegen, oder? An wem liegt es? Am Keim oder an dem Blut? An dem Blut. Absolut. Das Blut ist das, was den Keim am Leben erhält. So, der Keim selbst ist es nicht alleine. Ja, wenn wir die Fälle von Diphtherie nehmen, wieso kommt auf die Mandel der Keim? Ja, der Keim macht dann Toxine. Ja, weil jede Zelle muss etwas produzieren. Und die Keime produzieren ein Toxin, das Toxin geht und attackiert oder greift dann den Herzmuskel an. So, das hat Folgen. Es ist eine Kette von Reaktionen. Aber wo ist der Anfang dieser Reaktion? Ich habe große Angst gehabt vor Diphtherie, aber irgendeine Nacht hatte ich Nachtdienst und mitten in der Nacht um drei kam eine junge Frau und sagte, sie hat Halsschmerzen. Ich sage, okay. Sie war eine Medizinstudentin und sie hat mich um drei Uhr geweckt und ich gucke in den Hals und sie hat natürlich nichts gehabt im Hals. Und dann sage ich, ja, was ist denn passiert? Sagt sie, ah, ich war gestern und hatte einen Kurs und wir haben uns Diphtherie-Patienten angeguckt. Und dann kriegt man die Halsschmerzen. Und ich kann euch sagen, von mir, ich habe, als ich den Blinddarm gelernt habe, wie gefährlich er ist, also das war am Vormittag und ich bin dann Mitternacht um zwölf in der Notfallaufnahme mit Blinddarmschmerzen. Ja? Und nach zwei Tagen hin und her haben sie gesagt, naja, ich war privat versichert, ist doch besser, wir holen ihn raus, dann hatte Ruhe. So haben sie mir den Blinddarm entfernt. Obwohl ich bis heute überzeugt bin, es war nicht nötig. Ja? So, wir dürfen nicht vergessen, der Geist ist das, was das Leben lenkt. So, die Keime sind für mich ganz klar, sekundär. Ich habe einen Löwen zu fürchten, aber keine Zecke. Ich mag vor einem Hundebiss mich fürchten, aber nicht vor einer Schnake oder eine Stechmuck. Ja? Weil diese Furcht ist eine unberechenbare, eine, von der ich frei sein kann. Aber es kostet eine Zeit lang, bis man das lernt. Ja? Und ich möchte euch nicht überfordern, es kostet eine Zeit lang, bis man der Information traut, die man hat. Und ich werde nächstes Jahr das experimentieren. Ich möchte nächstes Jahr da hingehen und mich genauso wohl fühlen wie hier. Ja? ohne ständig in der Angst zu leben, es könnte ja nicht eine Schnake beißen. Ich werde den Biss nicht lieben lernen, mein Leben lang nicht, aber ich werde ihn nicht mehr in meinem Geist fürchten, weil es nimmt mir Lebensfreude und Lebensenergie weg. Wer Angst kennt, der weiß, wie schlimm Angst ist. Okay, der Geist ist die Lebensenergie, weil alles, was wir tun, entsteht und kommt vom Geiste. Wir können weder essen noch trinken ohne den Geist. Er muss die Entscheidung treffen, ob wir essen oder trinken. Seid ihr einverstanden? Oder glaubt ihr, eure Zellen treffen die Entscheidung? Wenn eure Zellen Entscheidungen treffen könnten, brauchten wir nie das Gefühl Durst oder Hunger oder Schwitzen oder Frieren, weil die Zelle macht das, und was tue ich? Ich würde mich jetzt auch gerne ausziehen, aber ich bin verkabelt, so bleibe ich so, weil es warm ist hier drin. Vielleicht können wir ja noch die Tür aufmachen. Und mein Körper meldet Hitze und er will ja dadurch von der Hitze befreit werden und ich finde es ja gut, dass er es meldet, aber kann der Körper sich selber ja gut, er wirft eine Menge von Wasser ab und versucht hier zu helfen, aber irgendwann mal ist ein Wasser alle und dann steht er da und ist in der Not. So, alles, was wir im Leben tun, hängt von unserem Geist ab, hängt von unserer Information ab. Deshalb kamen wir gestern Abend zum Schluss zu den Tätigkeiten. wir müssen atmen, damit Sauerstoff über die Lunge ins Blut kommt, wir müssen trinken, damit Wasser über den Magen ins Blut kommt und so weiter und wir müssen denken, damit wir am Leben bleiben. Denken ist ganz, ganz wichtig. Wer denkt, dass nicht denken gut ist, der hat es nicht verstanden und die Entspannungen, die manche Leute lernen zu tun, ist, dass sie nicht denken, als nicht klug. Sie machen Krankheit. Ich habe solche Fälle, wo nicht denken krank macht. Ich muss denken, aber ich muss so denken, dass es richtig ist. Weil schaut, müssen wir atmen und das Richtige atmen? Oder können wir sagen, wir atmen, was wir wollen? Können wir oder nicht? Wir müssen das Richtige atmen. Wir können atmen, was wir wollen, aber vielleicht nur einmal. Und dann ist es vorbei. Wir können trinken, was wir wollen, aber kann die Zelle sagen, naja, du kannst mir Salzwasser geben und ich werde überleben? Nein. Wir müssen uns an die Nahrung halten. Wir können nicht Steine in uns oder Sand oder nur Gras essen. Versucht es mal. Ihr werdet sehen, der Körper wird sich melden und sagen, hallo, ich, Minusenergie. Deshalb, diese Dinge sind alle vorgegeben. Keiner kann sie ändern. Deshalb, wenn es vorgegeben ist, was ich atmen muss, was ich trinken muss, was ich essen muss, wie viel Wärme ich habe, 37 Grad, auf wie viel ich mich kühlen muss, wann ich schlafen soll, wie viel Sonne ich brauche, dann ist es doch selbstverständlich, dass Denken auch geregelt sein muss, gegenüber der Zelle. So, Denken ist nicht frei, weil die Zelle vom Denken abhängig ist. Der Geist kann zwar denken, was er will, sage ich mal, aber die Zelle kann nicht alles von diesem Denken ertragen. Deshalb meldet sie sich, wenn wir nicht richtig denken. So, und jetzt fange ich den heutigen Abendvortrag an und hoffe, dass wir noch zu der Basis kommen. Wo liegt der Gedankenfehler? Ja? Weil wenn 90% unserer Krankheiten aus dem Denken kommen, dann muss es ja ein Denkfehler sein. Ich sage, Denkfehler ist das, was mich krank macht. Weil will der Geist falsch denken? Ja oder nein? Wollt ihr was Falsches tun? Sicherlich nicht. Keiner will krank sein. Aber er weiß es nicht, dass er sich selber die Krankheit tut, weil er nicht so denkt, dass es zellgerecht ist. Nicht so denkt, dass es zellgerecht ist. Und so habe ich angefangen herauszufinden, wo das Problem im Denken liegt. und ich habe 2006 erst im August, ich habe 2004 meine Praxis begonnen, im April und im August 2006 habe ich das erste Mal gesagt, die Zelle braucht Liebe als Grundbedürfnis, weil ich gemerkt habe, die Menschen haben alles andere in Hülle und Fülle, aber ihre Liebe oder ihre Gedanken haben ein Problem. Sie haben irgendwas, wo sie leiden drunter. Und dann hat das sich nach und nach gewachsen, bis ich dann den Geist entdeckt habe, obwohl es ja selbstverständlich sein sollte. Und dann kam Ende 2007 habe ich das Problem entdeckt, wo der Ursprung des schlimmen Denkens ist. Was ich schon davor gemerkt habe, und das liegt an der Oberfläche, und ich erkläre euch zuerst die Oberfläche, und dann erkläre ich die Basis, woher es kommt. Es gibt, wisst ihr, wie viele Gedanken, vermutet ihr, sind für den Menschen schädlich, wie die mich noch nicht gehört haben? Wie viel Gedanken? Nein, so viele oder wenig. Wir denken, dass es an der Menge der Gedanken liegt, aber wir werden sehen, es liegt immer nur an einer Geschichte. Das war eines meiner Sachen, wo ich dachte, das kann es doch nicht geben, das ist nur ein Gedanke. Aber ich erkläre euch zuerst die Idee, und dann den Gedanken. So, was ich herausgefunden habe, im Denken aller Menschen immer identisch ist, wo ich das Problem immer finde, ganz egal, was der Mensch hat, wenn es nicht durch andere Dinge entstanden ist, durch Unfälle oder sowas, ich weiß ganz genau die Kreuzung, ganz genau den Punkt, dort finde ich es immer. Und dieses Problem steht an der Oberfläche. An der Oberfläche sieht es so aus. Und ich mache das in zwei wieder mit einem Bild, weil ich denke, ein Bild, das kann uns leeren. wir nehmen die Nahrung und die Nahrung hat einen Behälter, das ist der Magen. Ja, wir haben ja gesehen, das Organ, das zuständig ist, dass die Dinge in den Körper kommen. Und dann haben wir die Liebe, die etwas Geistiges ist, also über Gedanken kommt, und wir haben einen Behälter für die Liebe, das nennen wir wie? Wir nennen das Herz oder Willen, damit wir nicht auf die Idee kommen, dass es die Pumpe ist. Unsere Pumpe hat keine Liebesfähigkeit. Es geht um den Ort, wo Geist und Körper sich treffen, wir werden sehen, aber es geht um diese zwei Tanks, wenn ich das so nehmen kann, so Eintrittsporten. So, wer ist zuständig? Das ist die Hauptfrage, die wir uns stellen. Wer muss füllen? Wer muss die Tanks füllen? Und wir fangen an beim Essen. Wer muss ihren Magen füllen? der Körper braucht Wer füllt den Magen? Ich oder sie? Wer füllt ihren Magen? Ja, jeder füllt seinen Magen selbst, oder? Wer füllt beim Kleinkind den Magen? Wer füllt beim Kleinkind den Magen? Das Kind selbst, oder? Ist es nicht selbst? Ich gebe ihm nur dazu. Aber können wir fürs Kind essen? Natürlich nicht. Nur das Kind ist nicht verantwortlich für was es ist. Aber auch das Kind füttert sich zu 100%. Es atmet für sich zu 100%. Deshalb die Gesetze sind ganz klar. Nur die Verantwortung liegt nicht beim Kind, was es trinkt und was es atmet, sondern es liegt bei dem ... Sie füllen sich selbst. Sie füllen Ihren Magen Prozent. Durch die Tätigkeit Essen. Das ist für alle Menschen klar. Wir haben es ja schon auf der Liste gehabt. Aber jetzt wer muss ihren Liebestank füllen? Wer ist dafür zuständig? Der Mann, nicht? Oder die Frau? oder so schaut jeder Mensch, ganz egal, was wenn ihr mir hier folgen würdet und manche sind bei mir in der Praxis schlau und die sagen ich und dann sage ich zu wie viel Prozent und dann sagen sie zu 100 Prozent sage ich wunderbar die müssten gesund sein. Weil das stimmt. Ja aber auch der der zu 100 Prozent sagt dann frage ich was müssen sie tun damit sie einen vollen Liebestank haben. Oh das wird schwierig. Dabei ist doch ganz einfach oder? Was muss ich tun damit ich einen vollen Liebestank habe? Nun wir können sagen lieben okay weil es ist so wie Essen die Liebe muss ja ja Nahrung essen wir Liebe lieben wir so aber jeder Mensch ganz egal was er mir hier sagt hat ein großes Problem er ist nämlich überzeugt in seinem tiefsten Inneren dass die Liebe von jemand anders ihm gegeben werden muss und zwar jeder will geliebt werden oder will jemand hier so wie ich nicht geliebt werden sagt jemand oh ich bin super glücklich wenn ich nicht geliebt werde wir alle wollen geliebt werden oder ich habe noch keinen gefunden der nicht geliebt werden will ja aber was kann man mit geliebt werden tun ich frage jetzt mal wenn geliebt werden mein Tank füllt wer muss das tun kann ich mir geliebt werden geben kann ich mir geliebt werden geben ja oder nein ja so das geliebt werden ist immer die Tat von wem die Tat eines anderen so Tat anderer und durch dieses durch diese Idee die wir alle haben das was andere tun ist für uns wichtig oder unwichtig was wichtig nicht besonders wenn es die betrifft die uns lieben sollen nicht schau es ist so interessant wenn ich wenn ich mit Patienten über die Liebe spreche und ich sage was halten sie von der Liebe ist die Liebe geben oder bekommen wisst ihr was jeder Patient antwortet was würden wir sagen was ist die Liebe ist die Liebe jeder sagt geben geben und nehmen alle sind sich überzeugt dass die Liebe nicht nicht etwas ist was man bekommt sondern alle sind überzeugt die Liebe muss ist geben die Liebe ist Hingabe ja die Liebe ist Hingabe so aber wenn ich sie frage wer muss den Tank füllen sagen sie die anderen nicht und so ist auch selbstverständlich wenn meine Frau mir meinen Tank füllen muss und Liebe geben ist dann was muss meine Frau tun sie muss mir geben jeder muss die andere ausfüllen so 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 denkt der Mensch so leben wir genau in diesem in dieser furchtbaren Abhängigkeit das bin ich oder sie und was haben wir zuerst was wir lieben ist eine Mutter vielleicht haben wir noch einen Vater dann haben wir Geschwister dann haben wir vielleicht Freund Mann Hund Katze was auch immer wir haben ja wir haben eine Beziehung zu diesen oder und jetzt frage ich jetzt mal so ganz bisschen provokativ braucht ein 20 jähriger noch eine mama wenn ihr normal ist vielleicht zum kochen und wäsche waschen und bügeln ich liebe es wenn meine mutter vorbeikommt und und dann macht sie den lieblingskuchen was sie macht ist doch schön oder nicht nichts dagegen ein zu das große problem ist nur wenn ich denke ich brauche die mama dass sie mich liebt ja weil würden wir abhängig sein voneinander für die dinge die wir selber nicht tun können ja das heißt ich brauche jemand der mein auto repariert ich brauche jemand der ich kann nicht gut bügeln also lasse ich die anderen bügeln das sind die dinge die ich sage okay damit können wir in abhängigkeit sein weil es ist ja kein lebensinhalt wisst ihr du hast mir jemand die wäsche bügelt ist kein lebensinhalt das kann wie viel können das tun alle es x ja aber wie ist das mit der liebe da denken wir das müssen nur gewisse personen sein und so leben wir in einem abhängigkeits verhältnis nicht ein normales abhängigkeits verhältnis für das was wir nicht können sondern wir leben in einem abhängig verhältnis aus liebe wir sehen dass der dienst der bügelwäsche ein liebesdienst ist und wenn er nicht gemacht wird sehe ich mich nicht geliebt oder wir interpretieren es von der falschen Seite und so lebt der mensch in diesem ich sag furchtbaren abhängigkeits verhältnis wo nicht mehr zählt was ich tue sondern wo zählt was die anderen tun und wie es den anderen geht und ich sage euch dies hier liegt der Prozess der wenn ich beweisen will und wer aufgepasst hat der weiß ganz genau dass das hier nicht funktionieren kann wir müssen verstehen wenn der Geist wenn Sauerstoff über meine Lunge ins Blut kommt durch mein Atmen dann wie viel Liebe kann hineinkommen durch das was ein anderer tut wenn mein Geist durch Denken die Liebe in meinen Körper bringt wie viel können andere tun dafür absolut nicht es ist ja alles nur mein seht ihr diese Tätigkeiten sind wessen Tätigkeiten meine eigene aber ist doch komisch wenn der Geist denkt jemand anderes muss ihn füttern oder es ist total absurd es ist nicht nur absurd es ist technisch gar nicht möglich wisst ihr das zu glauben dass jemand dich liebt ist nur ein glauben könnt ihr es je beweisen ja oder nein wir können in keiner reingucken und ich kann euch Geschichten erzählen von Patienten die lange Jahre verheiratet waren mit ihren Partner aber der Partner weiß nicht dass sie nur zweite Wahl sind weil sie haben es nie ausgedrückt und dann würdet ihr gerne zweite Wahl sein ja oder nein wir wollen alle ersten Wahl sein ja so wir haben keine Ahnung was der andere denkt glaubt mir wir haben keine Ahnung was in einem anderen ist dass wir denken wir sind geliebt muss ein reiner glaube sein es eine illusion weil wir wissen es nicht deshalb zählt es auch nicht was der andere tut es zählt wirklich nicht für unsere Krankheiten sind die anderen nicht verantwortlich wir sind es selbst weil unser Geist denkt das was andere tun ist entscheidend nicht was er tut ist entscheidend damit ist seine ganze Fixation worauf gerichtet absoluter Wandel geht in ein Eher Problem worüber spricht der Geschlagene über seine Fehler oder über den anderen und über Fehler des Anderen nehmen wir die Anderen nehmen wir die Anderen so entscheidend dass wir verstehen die Idee dass jemand für uns denken könnte ist absurd sie ist technisch völlig unmöglich genauso unmöglich dass jemand essen kann für uns jemand atmen kann für uns jemand trinken kann ist technisch nicht möglich so gibt auch denken ist es nicht möglich aber in der Psychologie und in allen Lehren sagen wir geliebt werden ist wichtig nicht wir sagen die Kinder müssen geliebt werden das ihnen gut geht nicht genau aber das das Problem ist dass wir nicht die Physiologie kennen ja das wie das Kind lebt von der Liebe ich werde Ende des Jahres einem anderen Ort sein wo ich das erste Mal über dieses Verhältnis sehr nicht schwieriges das aber sehr ich muss es sehr feinfühlig machen dass ich zeige wie das Kind lebt das nicht abhängig ist wie die Mutter sich zu ihm verhält sondern was die Mutter inwendig ist aber das müssen wir wissen wie holt oder holt sich das Kind oder wird es gefüttert und ihr werdet sehen das Gesetz des Lebens sei ganz deutlich dass niemand den anderen füttern kann so es ist nicht das geliebt werden was uns am Leben erhält sondern etwas völlig anderes nämlich dass wir lieben können auf jeden Fall kommen wir zurück zu unserer Abhängigkeit wie habe ich diese Dinge entdeckt ich bin ja wie ein kleiner Schüler in meiner Praxis und ich hatte eines Tages eine Patientin kam mit starken Kopfschmerzen und ich gebe dieses Beispiel weil es hat wirklich mich geprägt dieses Beispiel ganz einfach sie hat 14 Tage Kopfschmerzen ganz stark hier vorn und ich war damals am Anfang habe gedacht naja vielleicht hat sie eine Hirnblutung oder einen Hirntumor und vielleicht übersehen wir es oder weil sie hatte schon Medikamente genommen und es half nichts und so habe ich sie zum CT geschickt am selben Tag notfall mäßig sie kam am selben Tag zurück und als sie zurückkam die Bilder waren alle einwandfrei sie hatte keinen Tumor keine Nebenhirnentzündung aber sie hatte furchtbar starke Kopfschmerzen so was mache ich jetzt mit ihr eins auf den Kopf hat sie nicht gekriegt vor 14 Tagen so woher kommt der Schmerz wir wissen der Schmerz kommt aus dem limbischen System wird hoch an die Hirnrinde geschickt und er ist so wie wenn man die Hand auf den Ofen tut und sich verbrennt ja so und jetzt muss ich mich natürlich fragen woher kommt der Schmerz die Zelle kann sich ja nicht tun damals wusste ich das aber noch nicht so habe ich einfach blind gefragt was ist passiert vor 14 Tagen einfach so wenn wir Ärzte das tun würden was ist passiert vor 14 Tagen oder vor einer Woche oder so dann würden vieles erfahren was wir gar nicht fragen so dann sagt sie mir vor 14 Tagen hat sie erfahren ist eine kleine geistige Geschichte dass ihr Freund fremd gegangen sie war so Anfang 30 und sie hatte ihre Heimat aufgegeben ziemlich weit weg vom Süden und kam also vom Norden in den Süden hat dort Vater und Eltern zurückgelassen wegen diesem Kerl hat alles aufgegeben und jetzt nach einem Jahr findet sie raus er betrügt sich so eine Geschichte die wir alle nachvollziehen können oder die Frage ist warum hat sie Kopfschmerzen wer macht ihr die Kopfschmerzen weil sie passend zum Ereignis bevor sie den Kopfschmerz hatte hat sie eine Sache erfahren Freund ist fremd gegangen warum hat sie Kopfschmerzen so jetzt müssen wir verstehen was hat die Frau vorher gedacht so bevor sie etwas bevor sie Kopfschmerzen hatte wie hat sie über den Mann gedacht liebevoll warum hat sie liebevoll über ihn gedacht weil sie dachte er liebt sie das heißt wer hat bestimmt ihre liebevollen gedanken der andere weil sie dachte er liebt mich also liebt ihn auch und wenn man liebt wie fühlt man sich es kann keiner der liebt sich schlecht fühlen probiert es mal aus probiert mal aus und denkt liebevoll über irgendjemand und guckt wie euer körper reagiert guckt ob ihr ein schlechtes gefühl bekommt oder ob eure gefühle sehr gut sind je liebevoller ihr an jemanden denkt umso besser werden die gefühle einfach oder nicht bin ich der einzige okay so ist so sie hat liebevoll gedacht das heißt der strom der hier der geist produziert hat und ankam am limbischen system der hat hier endorphine und dopamin ausgeschüttet die sind dann hoch gegangen zur hirnrinde und haben ein gefühl gemacht im geist wo super ist also der körper sagt geist liebe und dann geht's dir gut ich mache dir kein schlechtes gefühl als körper aber der geist ist ja in einer situation wo er denkt er liebt nur dann wenn er auch lieb werden muss weil er denkt ja der andere füttert mich durch seine liebe so das heißt solange jemand lieb hat den anderen geht's ihm gut aber ihr seht das gut Kind ist weil sie lieb hat aber sie glaubt halt natürlich es ist weil er sie lieb hat deshalb hat sie ihn auch lieb aber jetzt kommt die Information er tut etwas und jetzt was ändert sich der Mann oder sie sie ändert sich und schaut es ist doch so phänomenal in dem Moment wo sie ihre Gedanken ändert was für Gedanken hat sie jetzt so sie hat nicht ganz liebevolle sie hat weder zu der Freundin des Mannes oder zu der die hat sie ja jetzt im Kopf die hasst sie ja oder und dann hasst sie ihn so weitsseits starke Kopfschmerzen und sie stoppt hier den richtigen Stromfluss wenn man so will macht sie mit ihrem Geist und was macht der Körper er schreit auf wie wenn sie sich verbrennen wird stellt euch vor ihr esst nicht mehr meldet sich dann euer Körper ja oder nein absolut er trinkt nicht mehr oder er versucht den Atem anzahlen meldet sich der Körper oder nicht er meldet sich so in dem Moment wo der Geist nicht mehr lieb hat meldet sich der Körper sofort weil er ist abhängig von der Liebe des Geistes aber der Geist muss jemanden lieb haben damit es dem Körper gut geht und so meldet sich der Körper und ich muss ich kann euch sagen das ist immer der Prozess bei der Entstehung jeder Kranken es ist wenn ich hier mein Denken ändere dann bekomme ich zunächst schlechte Gefühle und sie hat ja jetzt keine großen sie hat ja nur Kopfschmerzen diese Kopfschmerzen ist ein Akutgeschehen ja meistens nicht immer es gibt doch jahrelange Kopfschmerzen die immer wieder auftreten aber Kopfschmerzen ist häufig ein Akutgeschehen so jetzt hat sie Kopfschmerzen der Kopfschmerz mag eines Tages verschwinden aber dann hat sie vielleicht Magengeschwür oder dann hat sie vielleicht der Rücken plötzlich springt die Bandscheibe weg oder ja so aus dem Nichts nein ich habe einen Patienten auch der ist ein in meinen Vorträgen immer ein Star weil er und ich möchte euch das beweisen dass die Tat des Anderen nichts tun kann dem Menschen wenn der Mensch es nicht weiß ja der hat eine Frau da erfährt er nach 20 Jahren dass sie noch einen Mann hat ja wie würdet ihr handeln so ihr seid 20 Jahre nicht so und dann habt ihr drei Kinder und erfährt das mittel der Kind ist nicht sein würdet ihr sagen naja wunderbar was macht der Mann was würdet ihr tun zu Redestellen was sollst du zu Redestellen 20 Jahre und sie hat es ja gut verheimlichen können oder ja wahrscheinlich war er noch nicht viel zu Hause wie auch immer aber es ist da und solange er nicht wusste was war da in ihm mich nicht heiß er war also liebevoll zu seiner Frau weil er dachte sie ist so wie sie ist und hat seine Söhne lieb gehabt weil er hat gedacht sie sind alle sein aber jetzt kommt die Information an seinen Geist wissen die Zellen wissen nicht was wir denken erst nachdem wir denken wissen sie ob es richtiger Strom war oder schlechter sonst kommt an ihn heran und siehe da er liebt sie nicht nicht mehr er ändert sein Denken gegenüber dem mittleren Sohn und sagt du bist doch nicht mein und dann kommt der Körper und innerhalb von sechs Jahren entwickelt er eine tiefe Depression muss psychiatrisch behandelt werden damit er überlebt und dann bekommt er einen Tinnitus links mit dem er dann zu mir als ein U-Arzt kommt und so erfahre ich die Geschichte aber die Tat der Frau hat ihn nicht krank gemacht genauso wenig wie die Tat das Fremdgehen des Anderen ihn krank gemacht hat sondern wer macht mich krank ihr seht kann mir jemand meine Gedanken lenken bin ich frei oder unfrei wenn mir jemand meine Gedanken lenken kann bin ich unfrei das heißt wenn ich denke das was ich denke ist wichtig von dem was meine Frau tut oh ich denke es leider immer noch manchmal dann dann bin ich völliger gefangener von ihr weil sie macht etwas und wer sticht dich das Messer hinein ich mir jedes mal wenn ich mich ärgere auf meine Frau kriege ich was entweder kommt Herpes raus oder Rücken oder Magen kommt immer was aber ich bin auch dafür froh dass es kommt aber das sagt mir hallo hallo geist du bist nicht ganz richtig deine art und weise muss sich ändern weil können wir etwas für das was der andere tut ja oder nein wir können doch nichts was und es ist auch gut dass wir nichts können ich finde es so gut dass niemand über anderen herrschen kann aber leider können wir herrschen wenn ich jemanden am Haken habe ja dann kann ich über andere herrschen dann kann ich bestimmen ich kann meine Frau sagen wenn du nicht in drei Tagen das machst dann und die Frau wird es genau machen wisst du warum weil sie Angst hat sie verliert ihre Liebesquelle nicht gibt sie ja niemand mehr deshalb gibt es Manipulation deshalb gibt es Beherrschen weil unser Geist eine Fehlinformation hat die ist so dumm und so falsch wie sie nur falsch sein kann geliebt werden ist nichts geliebt werden hilft niemandem nichts nur lieben hilft meinem körper ich mag durch dem dass ich jemanden liebe oder dass man sieht dass ich liebevoll handle mag ich jemanden ermutigen zu lieben aber glaubt mir wenn geliebt werden uns helfen würde dann würden wir alle gesund sein weil wir haben jemand der uns unendlich liebt und wir sind es trotzdem nicht weil es nicht darauf anhängt ob mich jemand liebt sondern es hängt darauf ab nur das was mein Geist tut und mein Geist muss immer lieben wenn er immer liebevoll ist gegenüber Frau Kind Hund Katze was auch immer wie wird es meinem Körper geben und jetzt ist die Frage können wir das ich kann mich nicht vorstellen wie wäre das wert zum Beispiel in meinem Welt wenn ich jeder geliebt hatte echt dann könnte jeder mein Mann sein egal wer es ist weil mein Mann sein weil ich einfach Liebe habe und egal was der andere sagt wie er aussieht eigentlich es ist vollkommen egal wer mein Mann ist ich habe die Liebe er hat auch Liebe jeder Mensch hat Liebe und dann alles ist gut oder wie so dass man eigentlich in der Tat irgendwie naja das ist ja schön und wir sehen wir machen ja wiederum einen Fehler im Gedenken im Denken ja weil automatisch habe ich den Mann als was als Liebesquelle deshalb denken wir so die Beziehung zwischen Mann und Frau ist eine Wahlbeziehung und ich beschreibe sie so es müssen zwei zusammen sein die eins sind die sich verstehen ja ich verstehe aber wisst ihr es kommen zwei zusammen die wollen geladen werden gegenseitig und hier entstehen die Probleme würde ich jetzt mir einen Partner suchen um einen Partner zu haben weil ich zum Beispiel Kinder alleine nicht machen kann und weil ich weil ich mit jemandem durchs Leben gehen möchte den ich lieben will nicht weil er mich liebt sondern weil wir zusammen passen und weil ich das so will ja so denke ich ist die Partnerschaft gedacht aber wir denken die Partnerschaft ist zum gegenseitigen Laden deshalb gibt es Streit es gäbe nie Streit in einer Partnerschaft wo ich mich nicht laden möchte mit meiner Frau auch ok bringen es ist eine spezielle Beziehung die Partnerschaft wir sollten nicht mit jedem Partner sein das ist speziell gemacht nur lieben ist eine Tätigkeit des Geistes es eine Einstellung dem anderen gegenüber die immer das Interesse des anderen sucht nicht meines aber dahin kommen wir noch ich wollte nur das Gesetz zeigen der Zelle ihr könnt machen was ihr wollt wenn ihr jemanden nicht lieb habt wie fühlt ihr euch gut oder schlecht schlecht die Zelle sagt euch ob das was der Geist tut richtig ist ich nehme mich sehr stark nach meinem Körper weil er weiß sofort ob der Geist richtig tickt ob er richtig denkt oder falsch weil der Körper kann nicht anders Gedanken sind Befehl so ein schlechtes Gefühl muss von einem Gedanken kommen der kein gutes Gefühl macht und ich möchte trotzdem noch ein bisschen weiter gehen in unser in unser Gehirn das heißt in unser Herz weil das ist eine Oberfläche eine Oberfläche herrscht der Gedanke die Tat des Anderen zählt und ich muss geliebt werden damit es mir gut geht das ist das ist das deshalb sucht man einen Partner damit der mich liebt das ist nicht gut es ist schon gut dass er auch liebevoll ist aber ich suche ihn und ich will ihn und ich liebe ihn weil ich lieben will nicht weil ich ihn um der Liebe willen brauche ich brauche ihn nur um eine Partnerschaft zu haben das müssen wir klarstellen aber jetzt gehen wir in unser Gehirn hinein in unser Bewusstsein und Unterbewusstsein und ich möchte hier es auch nach Möglichkeit so einfach machen wie es geht wir haben im Bewusstsein und ein Unterbewusstsein oder Herz wobei das ist auch ein Teil des Herzens wir haben ein im Willen im Willen des Menschen der ist im Frontalhirn der größte Anteil unserer Hirnrinde ist der Wille der Wille haben wir jetzt nicht so gut gezeichnet der Wille ist der Ort wo alle Fäden zusammenkommen aber nicht nur alle Fäden sondern auch alle Chemie kommt in den Willen das heißt der Wille nimmt alles auf jedes Bild kommt in den Willen jedes Wort das ich höre jeder Durst und Hunger alles kommt zum Willen der Wille ist sozusagen die das Auffangel Lager für alles was ankommt so haben dir Durst dann wird der bewusst im Willen weil wer muss denn den Durst jetzt befriedigen es muss ja etwas geschehen so deshalb kommt alles zum Willen der Wille Durst Hunger Müdigkeit Wärme Kälte alles was der Körper sagt alle Gefühle kommen in den Willen dann kommt aber in den Willen auch alle in unserem Willen in unserem Bewusstsein auch wieder im Willen zusammen kommen auch alle geistigen Bedürfnisse ja und der Haupteingang in den Willen das ist jetzt ein schlechtes Bild ich weiß nicht wie soll ich es korrigieren versuche diese diese Rundungen ja das sind Lämpchen so müsst ihr euch vorstellen der Wille ist so wie das Cockpit eines Flugzeugs ja früher durfte man ins Cockpit gehen heute darf man es noch nicht mehr so wenn man fliegt aber wenn ihr im Cockpit seid wenn ihr ja vielleicht auf Bildern seht da gibt es sehr viele Knöpfe und Grill und was auch immer dort gibt so diese Instrumente so müsst ihr euch den Willen vorstellen ja Lämpchen der Pilot ist der Geist okay und er ist aber so Pilot er spürt es ja selbst ja das was der der im im Cockpit geht ein Lämpchen an oder es piepst was oder ja so dass der Pilot weiß ah irgendwo ist eine Not oder ist ein ein Problem im Körper ist der Geist direkt verbunden mit dem Willen und er spürt es er spürt es und aber was im Willen das auch im Willen sind nicht nur die körperlichen Bedürfnisse zu Hause sondern auch die geistigen schaut wir Menschen haben einen Willen der ist gleich mit allen anderen Menschen in dem in dem Inhalt ja wisst ihr dass wir alle dieselben Inhalte im Willen haben habt ihr schon mal Durst gehabt ja oder nein und deshalb haben wir ja so alle diese Dinge sind identisch in uns jeder Mensch hat ein Harmonie Bedürfnis ja oder nein nur nicht jeder hat es am Eingang seines Willens ich schreibe das hier weil ich so bin mein Hauptproblem ist Harmonie ja andere haben hier Gerechtigkeit aber jeder hat ein Gerechtigkeits ja Bedürfnis jeder hat ein Sicherheitsbedürfnis jeder hat ein Freiheitsbedürfnis jeder hat ein Wahrheitsbedürfnis so diese sind alle drin diese Bedürfnisse haben wir alle sie sind aber ein bisschen anders verteilt so sind wir jeder eine andere Persönlichkeit nur weil sie ein bisschen anders gestellt sind und die Priorität ein bisschen anders ist so sind wir alle Eigen wie soll ich sagen Individuen ist keiner gleich wie der andere obwohl wir dieselben Komponenten haben es ist nur wie die verteilt sind sind wir ein bisschen anders deshalb haben wir eine andere Priorität und das ist phänomenal zu sehen und das ist phänomenal zu sehen dass es Menschen gibt die hier am Eingang haben die Harmonie und die reagieren immer gleich wie alle anderen die Harmonie haben und dann sieht man die Gerechtigkeit Leute die Sicherheitsleute sie haben alle dieses selbe Schema und für mich faszinierend ja und ich bin Gott dankbar weil ich habe dann Patienten die ich habe in der letzten Zeit mal ich glaube fünf Patienten gehabt die hatten alle Gerechtigkeit im Mittelpunkt ihres Lebens die Gerechtigkeit ja und das ist dann schön wenn man das bei jedem betrachten kann und sieht wie wie die Tat eines anderen oder die eigenen Taten stören da sind wir die Taten anderen die Taten anderen so das ist der Aufbau des Willens der Aufbau des Willens ist das Cockpit alle Dinge kommen im Willen zusammen und ich sage der Wille ist der Eingang zum Herz das heißt es ist das Cockpit hier empfindet der Geist hier muss etwas geschehen ja hier kommen alle Fäden alle Informationen kommen zum Willen so aber wie trifft der Geist jetzt die Entscheidung wenn Hunger anklopft oder ich musste vorher mich entscheiden ob ich jetzt mich ausziehe oder nicht nach welchen Kriterien treffe ich eine Entscheidung das war das faszinierende was wofür ich sehr sehr dankbar bin Gott dass ich das weiß heute und ich habe es entdeckt Ende 2007 dadurch dass ich nach folgendem Schema vorgegangen bin ich habe gedacht dass alle Krankheiten unterschiedliche Ursache haben so lernen wir es alle nicht wir würden nicht auf die Idee kommen dass der Tinnitus im linken Ohr und die Arthrose im rechten Knie dieselbe Ursache hat oder nein für das eine gehen wir zum einen Doktor für das andere gehen wir zum anderen Doktor und wir würden auch nicht denken dass das Magengeschwür und die Herzrhythmusstörungen oder der Hörsturz und die Herzrhythmusstörungen irgendetwas zusammen zu tun haben kamen wir nie auf den Gedanken ich wäre nie auf den Gedanken gekommen deshalb habe ich mir Listen gemacht und habe versucht zu sehen okay alle Tinnituspatienten alle Schwindelpatienten alle Schilddrüsenpatienten alle wie sie kamen habe ich versucht in ihrer Lebensgeschichte das gemeinsame Element zu finden ich hatte an einem Tag drei Leute die kamen nur zur Untersuchung vor Schilddrüsenoperation und der Gedanke kam und sagte wie wäre es wenn du sie mal ein bisschen nachfragst was sie so im Leben erlebt haben und ich musste bei drei Patienten die dieselbe ähnliche Krankheit hatten ja Knoten in der Schilddrüse und ich war so erstaunt ich fand bei allen dreien ein gemeinsames Element ein gemeinsamer Nenner ja und so ich war erstaunt ich ging jeden Abend nach Hause erzählte meiner Familie was ich entdeckt habe es war super die haben mich immer ausgelacht sagen was das kann doch nicht sein die Schwiegermutter oder das oder jenes Ursache für den Schwindel ja und 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 dann eines Tages Ende 2007 weiß nicht wann es ganz war in all diesen Listen entdecke ich plötzlich dass das gemeinsame Element immer dasselbe ist ganz egal was die hatten so das was ich suchte als gemeinsamen Punkt es war unabhängig davon ob sie jetzt einen Schwindel oder die Schilddrüsenknoten hatten oder die Halsprobleme es war immer in der Geschichte kam alles zusammen nur an einem und demselben gemeinsamen Nenner und das hat mich natürlich flachgelegt ja ich war von dachte das kann es doch nicht sein kommen wir da hin nein nein wir machen es heute so das heißt was mich was was so faszinierend war ist ich konnte es nicht verstehen glaubt mir wenn man so denkt dass alles unterschiedliche Ursachen hat und jetzt kommt man und findet heraus dass im Prinzip alles nur einen einzigen Gedanken als gemeinsamen Nenner hat dann muss man doch irgendwo das erstmal anzweifeln oder nicht also ich habe es angezweifelt ich bin ein Zweifler von so meiner Natur aber ich kann es heute sagen und es hat mich noch keiner widersprochen es wird mir auch keiner widersprechen können weil es nicht anders ist als es so ist nämlich dass alle Probleme des Menschen wenn das der Baum ist wir haben sieben Milliarden Menschen wisst ihr dass alle Probleme des Menschen nur einen einzigen Gedanken als Ursache haben nur einer der ist allen Menschen gleich das ist doch interessant sondern also ich war da und ich konnte damit nichts anfangen aber ich habe nachdem ich es entdeckt habe habe ich gesagt ich muss es sehen stimmt es oder stimmt es nicht und ich habe dann jede Geschichte des Menschen immer genommen und bumm ich komme zum selben Gedanken und dann war ein mein Sohn machte mir irgend so einen psychologischen Fragebogen mit 25 Fragen um irgend so zu gucken ob irgendwelche Probleme vorliegen und ich gucke mir alle 25 Fragen an und die alle 25 Fragen hatten nur einen gemeinsamen Nenner und das ist dieses Problem hier alle Probleme des Menschen wurzeln nur in einem einzigen Gedanken und der Gedanke ist ein ganz banaler er ist Verlust ohne Verlust kein Problem alles alle Probleme des Menschen kommen nur aus dem Verlust die Psychologen denken Angst ist das tiefste aber wisst ihr dass wenn ihr nichts mehr zu verlieren habt was passiert mit der Angst ist weg kann kann mir niemand Verlust machen kann er mir auch keine Angst machen so ich entdecke den Verlustgedanken und ich sage mir ja wie wie kann das mit dem Körper zusammenhängen und schaut es macht doch so viel Sinn der Körper ist Atom ja einverstanden so wie viel wie kann man Strom erzeugen im Körper wie kann man Strom erzeugen aus wie viel aus wie vielen Ladungen kann man Strom erzeugen wie viel gibt es Atomladungen es gibt ja nur gibt ja nur zwei ja es gibt das Plus wir können sagen hier das Null und es gibt das Minus ja der Körper hat ja keine mehr Möglichkeit es ist Atom und jetzt damit der Geist den Körper steuert muss er ihn ja steuern mit dem was der Körper versteht ja so der Geist sitzt eine Ebene höher er sitzt hier in der Mitte das bin ich ja wir sind der Geist und jetzt damit er dem Körper eine Information gibt muss er sie muss er ja körpergerecht die Information tun und siehe da da der Körper ja limitiert ist auf zwei Ebenen ist der Geist also auch limitiert auf diese zwei Ebenen damit er alle Dinge speichert so deshalb entdecke ich den Minusgedanken Verlust so was der wenn der Geist Verlust denkt weiß der Körper was es ist Minus einverstanden so ist es was für den Körper Minus ist ist für den Geist Verlust weil der Geist weiß ja nicht was Minus ist ja er kann zwar verstehen weil er ja fähig ist aber der Geist kann nur denken er kann ja nicht so und wenn er Verlust denkt sagt der Körper das verstehe ich und wir müssen alle Ereignisse unseres Lebens alle Ereignisse unseres Lebens werden in den Speicher Verlust null oder in Gewinn getan kommt ein bisschen computermäßig vor oder wie sich auskennt beim Computer so alles ist nur Gewinn und Verlust aber wie muss der Geist entscheiden jetzt habe ich Durst oder ich schwitze hier und ich muss eine Rechnung machen welche Rechnung muss ich machen Gewinn oder Verlust aber bin ich frei in beide Richtungen zu gehen oder bin ich bestimmt nur in eine Richtung zu gehen ist der Geist frei oder ist er nicht frei in dem Sinne in welche Richtung er geht und das sagte wiederum weil er nicht kennt ihr seid nicht frei nein der Geist muss in Richtung Gewinn gehen er muss gewinnen dafür hat er ein Jahr wenn mir jetzt das Ausziehen des Sakkos mehr Gewinn gebracht hatte wie es anhalten hätte ich das Sakko ausgezogen aber ich hielt es für einen größeren Verlust das Sakko auszuziehen deshalb habe ich es was getan nein gesagt meinem Schwitzen du kannst es aushalten weil es ist zu kompliziert das jetzt auszuziehen es unterbricht und das geht nicht wenn man verkabelt ist ja so der Geist hat eine ganz einfache Rechnung zu machen aber er ist nicht frei zu sagen ich mache jetzt Verlust das kann er nicht kein Geist kann sich selbst Verlust machen absichtlich schaut wenn wir den Verlustgedanken nicht hätten wisst ihr dass wir dann richtungslos wären der Chirurg würde sagen naja wenn ich jetzt die Halsschlag also mit ausschneide mache kein Problem ja ich kann ja nicht im Verlust gehen könntet ihr der Fahrer auf der Straße würde sagen naja ich fahre jetzt links es ist ja egal ich fahre mein Auto jetzt an die Wand weil das ist ja kein Problem nein das kann niemand machen ich denke dass wir so gut gemacht sind weil es ist ja ein gutes Ziel immer zum Gewinnen oder nicht finde ich nicht oh Gewinnen tut gut lass uns mal schauen wie reagiert der Körper auf Gewinn das hat noch nichts mit Gewinn mit Ego zu tun wir kommen noch dahin das ist das ist das ist man hat mit Egoismus noch nichts zu tun das ist Programm sag ich mal wir das ist Lebensgesetz wir müssen gewinnen wenn jemand denkt Gewinn wie fühlt er sich kann sich jemand schlecht fühlen wenn er Gewinn denkt stellt euch vor ihr habt heute Abend ich weiß ja nicht manche denken ja Geld ist Gewinn so ihr habt heute Abend gehen nach Hause und habt eine Million zu Hause auf dem Tisch wie werdet euch fühlen gut es sei denn ihr habt schon sehr viele Millionen dann vielleicht ist es nicht mehr so ein großes Gefühl aber sogar ich würde mich freuen denke ich weil alles was wir als Gewinn ansehen ja macht uns was Strom guten Strom jeder der Gewinn denkt wisst ihr dass niemand zum Psychologen geht wenn Gewinn es geht auch niemand zum Anwalt gegen Gewinn wisst ihr dass alles in der Welt nur um Gewinn und die Ärzte die Richter die Psychologen sie leben alle nur vom Verlust so haben wir keinen Verlust mehr werden die arbeitslos war doch schön oder nicht es ist phänomenal wenn wir Gewinn denken ganz egal ob es real ist oder nicht der Geist denkt Gewinn sein Körper sagt super gut deshalb schaut die Moral wenn jetzt einer meinen Porsche stiehlt nehmen wir an ich hätte einen Porsche und er stiehlt den Porsche wie fühlt er sich hat was böses getan aber wie fühlt er sich obwohl er hat ja einen Porsche aber ich der ich den Porsche habe wenn ich rausgehe und gucke er ist nicht mehr da und ich sage was denke ich dann als erstes oh hurra er ist weg super was sage ich was denke ich ich denke Verlust oder und in dem Moment was je teurer der Porsche ist umso schlechter fühle ich mich totkrank in der Nacht können sie nicht schlafen in der Nacht könnte ich nicht schlafen könnte ich so ihr seht das ist Funktion das kann niemand ändern das Gesetz Gewinn bringt richtigen Strom Verlust bringt falschen Strom und macht uns krank so der Geist ist verpflichtet immer bei Null zu bleiben das heißt er darf nicht ins Minus ja das ist die Vorgabe darf nicht ins Minus so deshalb ist meine Frage heute Abend können wir wenn 90% der Krankheiten von Verlust kommen aber sie kommen nicht vom allgemeinen Verlust sondern sie kommen nur vom persönlichen Verlust so der persönliche Verlust ist die krankmachung und deshalb ist die Frage gibt es den persönlichen Verlust oder nicht er ist der einzige der krankmacht wir brauchen den Verlustgedanken dass wir eine Richtung haben schaut wenn ein Chirurg ohne Angst ich sag jetzt mal ohne Verlust operiert dann wäre es nicht schön oder in seine Hände zu kommen ja wäre es gut oder nicht wäre nicht so gut weil er würde sagen naja sch macht Spaß und ich bin ja und jeder Chirurg operiert gern Also ich war ein gern operierender Heino-Arzt. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals dieses Hobby aufgebe. Je größer die Operation, umso mehr Spaß hat es gemacht. Und je mehr man sich anstrengen musste. Jeder Chirurg, geht ihr zum Chirurgen mit irgendetwas, dann sagt er, das müssen wir nicht operieren. Ganz selten tut er das. Wenn er weiß, es hat keinen großen Erfolg, dann tut er das. Aber wenn er irgendwo eine Möglichkeit sieht, durch seine Operation doch das zu helfen, dann wird er das Messer benutzen, weil ihm das Freude macht. Das wäre auch schlimm, wenn es ihm keine Freude macht. Aber er muss es so tun, dass er nicht Schaden macht. Als Heino-Arzt haben wir ja operiert im Bereich der Nase, der Siebbeinzellen und der Kalbhöhle und der Stirnhöhle. Und ihr wisst, das ist nicht weit vom Gehirn. Und das Knöchelchen, das dich von dem Hirn entfernt, ist ein dünnes. Und du musst immer einen Bereich mitnehmen und den nächsten. Und hoffentlich ist jetzt beim nächsten Griff nicht das Gehirn drin. Weil wir müssen dort einige Knochenlamellen mit ausräumen und bei manchen Leuten ist wirklich diese Schicht an der Basis, an der Schädelbasis, sehr dünn. Und ich war froh, wir haben immer mit dem Mikroskop operiert und geguckt und es ist mir nie passiert. Aber es kann passieren und dann macht man ein Häckchen mehr und schon fließt Hinflüssigkeit raus. Und wenn es nur noch Hinflüssigkeit ist, ist kein Problem. Wir decken das ein bisschen zu mit Fett und so weiter und es hält wieder. Hält es wieder an. Aber wenn dort hinten aus irgendeinem Grund nicht nur Hirn ist, sondern die Halsschlagader, das heißt die interne, dann spitzt es aus der Nase bis an die Decke. Und dann ist der Patient entweder tot, nicht unbedingt tot, aber halbseits gelähmt. Weil wir müssen ihn dann hier abbinden, die Halsschlagader, dann wird das Gehirn nicht mehr. Das ist Operation. Ich habe gern operiert, aber man operiert mit der Angst. Es ist aber keine Angst, die jetzt einen fürchten macht, dass man operiert, sondern es ist eine Angst, die einen vorsichtig macht, weil wir wollen nichts verlieren. Wäre es nur das Leben des Patienten, würden wir vielleicht nicht so viel verlieren, aber wir verlieren unsere eigene Lizenz und Reputation und unseren Ruf. So deshalb sind wir sehr aufmerksam. Wir operieren gern. Und wir operieren mit der Möglichkeit des Verlustes. So wir müssen ihn vermeiden. Deshalb bleibt der Chirurg in diesem Gebiet. Er will maximalen Gewinn, er will das Ding rausholen, aber er möchte gleichzeitig keinen Verlust machen. Ich hoffe, dass wir das verstehen. Das ist eines der wichtigen Dinge in unserem Leben. Der Geist ist verpflichtet, in diesem Bereich zu bleiben. Er kann auch nicht raus. Sonst wären wir richtungslos. Wir hätten keine Steuerung, hätten wir das nicht. So als uns Gott gemacht hat, hat er das so gemacht, dass wir eine Richtung haben. Und das ist eine schöne Richtung, finde ich, oder? Immer Richtung Gewinn zu gehen, ist super. Gute Gefühle, gutes Leben. Das Problem ist nur... Das ganze Problem ist nur der persönliche Verlust. Und jetzt wollte ich euch die letzte Frage, die vorletzte Frage heute Abend stellen. Was denkt ihr? Können wir persönlichen Verlust vermeiden? Weil wenn wir den vermeiden können, haben wir 90% unserer Krankheiten weg. Es gibt nur Ja oder Nein. Wir haben gesehen, Ja oder Nein. Versteht ihr? Nun, die Reaktion ist aber abhängig, wie ich das Ereignis sehe. Die Reaktion ist vorgegeben. Von der Sicht. Ja, was der Geist als Gewinn sieht, was wird er tun? Wird er Ja sagen? Er kann nicht anders. Sieht er etwas als Verlust, dann muss er Nein sagen. Kann nicht anders. Aber jetzt entscheidend ist, und jetzt kommen wir an den Anfang, und ich werde den Anfang doch noch heute kurz angreifen, dass wir morgen dann auch zur Lösung kommen können. Der Anfang ist, das große Problem des Geistes ist, jetzt sind wir auf einer rein geistigen Ebene, mit dem Körper hat es nicht mehr zu tun. Der Geist muss wissen, was ist Gewinn, was ist Verlust. Okay? Alles hängt von der Definition dieser zwei Parameter an. Alles. Deshalb nennt sich das die Sicht, ich nenne es die Sicht des Geistes. Die Psychologen nennen es Motivation, weil sie merken, dass wir alles aus dieser Sicht heraus tun. Jetzt, was würdet ihr denken? Haben alle Menschen die gleiche Definition für Gewinn und Verlust oder eine unterschiedliche? Die, die mich noch nicht gehört haben. Was würdet ihr denken? Unterschiedliche Definition oder gleich? Die, die gleiche sagen, die haben mich schon gehört, das weiß ich. Schaut, wir denken, dass der Mensch unterschiedliche Definitionen hat für Gewinn und Verlust. Aber das war auch wiederum eine faszinierende Entdeckung für mich, dass ich gesehen habe, dass alle Menschen dieselbe Definition haben. Das heißt, sie sind in ihrem Unterbewusstsein. Ihr Geist hat dieselbe falsche, ich sage falsch, weil ihr werdet sehen, dass es ist so, und führt uns deshalb in die Annahme, dass wir Verlust oder persönlichen Verlust nicht vermeiden können. So, deshalb ist die Frage, was sieht der Geist, ist Gewinn. Es gibt nur zwei Dinge, die er zur Auswahl hat, wissen wir. Ist es geben oder bekommen? Was sieht der Geist als Gewinn? Geben. Ist es geben oder bekommen? Geben. Bekommen hat es ja nicht mehr. So, jetzt machen wir einen kleinen Test. Weil, wisst ihr, in unserem Bewusstsein stimmt es, was wir denken. Ja? Aber lasst uns doch mal prüfen. Wie reagieren wir in der Realität? Weil, wisst ihr, als Theorie können wir immer, wir haben hier zwei Türen zum Ausgehen. Und, gesetzt den Fall, an der Tür kriegt jeder von Ihnen 1.000 Euro. Und an der Tür müsste jeder einen Scheck ausstellen auf 1.000 Euro. Welche Tür würdet ihr wählen? Zum Grenzenhaus. Zum Grenzenhaus. Also, werdet ihr nicht attraktiv eingezogen von der, wo es 1.000 Euro gibt? Ja. Also, ich denke nicht, dass es einer wäre hier, der sagte, ah, ich finde es gut zu geben. Oder? Es ist kein hundertprozentiger Test, aber er kann uns offenbaren in unserem Inneren, dass wir doch Bekommen als Definition haben. Jeder, der geliebt werden will, hat Bekommen als Definition. Ganz egal, was er glaubt, für, in seinem Bewusstsein. Jeder, der geliebt werden will, hat Bekommen als Definition. Sicherlich. Wir werden ja schon sehen. Wir werden ja, ja sicherlich. Aber, wir müssen schauen, wie trickreich das ist. Und ich erzähle euch dann noch die Geschichte mit dem Gerechtigkeitsmensch. So, Bekommen haben alle Menschen von Geburt auf in ihrem Geist als Gewinn. Und wenn Bekommen Gewinn ist, was ist Verlust? Nein, ja, verlieren schon, aber, nein, geben ist nicht das Umgekehrte von Bekommen. Was ist das Gegenteil von Bekommen? Wegnehmen oder ein, wenn ich etwas bekommen will, was ist das Gegenteil von Bekommen? Nicht bekommen oder zu wenig bekommen. Habt ihr schon mal zu wenig bekommen für das, was ihr gegeben habt? Ja, 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 zu wenig oder nicht bekommen ist Verlust. Oder, wir werden noch sehen, warum, weggenommen bekommen, Willkommen. So, das sind die zwei Ideen, die der Geist hat von Gewinn und von Verlust. Und die ganzen Ideen entspringen aus einer Idee, die der Geist über sich selbst hat. das ist das, was ich denke, was wichtigste ist, was wir verstehen müssen. Der Geist des Menschen denkt von sich aus zwei Gedanken. Das eine ist, die Psychologen nennen es Stolz als Motivation und Egoismus. So, aber das ist mir auch schon zu kompliziert, deshalb versuche ich, ein bisschen einfacher zu sein. Ich denke, die zwei Grundgedanken des Geistes, die ihn steuern, ist, ich habe, ich kann, halte ich den Grundgedanken des Stolzes. Und ich habe, halte ich den Grundgedanken des Egoismus. Und weil der Geist dies über sich denkt, handelt er immer so, dass er zuerst gibt. Geben, um zu bekommen. Das ist unser Antrieb. Deshalb opfern sich Menschen auf, aber sie opfern sich nicht auf, weil sie es umsonst geben, sondern sie wollen etwas dafür haben. Und ich erzähle euch die Geschichte mit dem Gerechtigkeitsmann, dass ihr was zum Nachdenken habt. Ein gerechter Mensch, was will er? Gerechtigkeit geben oder Gerechtigkeit bekommen? Aber er handelt sehr gerecht. Schaut, dieser Mann ist ein, ich habe sehr viel an ihm gelernt, also man kann nur am Fall lernen. Er geht in ein Restaurant und feiert eine Party, Geburtstag, was auch immer es war, schon noch unter D-Mark-Zeiten. Und der Wirt verrechnet sich, anstelle dass er ihm 900 D-Mark verlangt, verlangt er ihm nur 700. Und am Abend, wo er die Rechnung macht, erkennt er, dass der Wirt sich verrechnet hat. Was macht der gerechte Mensch? Er bringt die fehlenden 200. Er bringt die fehlenden 200. Er behält keinen Cent. Schön oder nicht schön? Schön. Nobel oder nicht Nobel? Nobel. Nun, lasst uns mal angucken. Er ruft den Wirt an und er sagt, du hast dich verrechnet. Und da es ja so einen kleinen Ort ist, wo man sich so kennt. Am anderen Tag geht er hin und bringt ihm die 200 D-Mark. Jetzt. Während er ihm die 200 D-Mark auf die Theke tut, er ist dort zusammen mit seiner Frau gegangen, das Geld bringen, hat er Durst und er bittet den Wirt um ein Getränk. Und er trinkt er und seine Frau den Saft. Und jetzt ist die Frage, verlangt der Wirt ihm das Geld für den Saft oder er lässt er es ihm? Ich würde es ihm erlassen. Warum würde er es ihm erlassen? Weil ich das anerkenne, dass er nicht waren, das Thema gebracht hat. Ist es fair, jemanden zu belohnen, weil er ehrlich ist? Aber das ist so. In dem er sieht so aus. Das ist eigentlich das Normale. So, der Wirt macht es richtig. Er verlangt ihm die 5 D-Mark 80. Und was macht mein Patient? Er geht mehr wie 10 Jahre oder 20 nicht mehr in die Gaststätte. Warum hat er die 100 oder 200 Themat zurückgebracht? Weil er ehrlich ist? Weil er geben in seiner im Kopf hat oder weil er bekommen hat als Gewinn? Warum bringt er sie zurück? Der Gerechtigkeitssinn meldet sich und er ist gerecht. Ja, es ist nichts Falsches. Wir sollten alles zurückbringen, auch ein Cent. Aber wollen wir für die Gerechtigkeit belohnt werden oder ist Gerechtigkeit in sich selbst richtig? Gerechtigkeit müsste doch in sich selbst richtig sein. Ja? Aber wir wollen dafür, dass wir etwas Richtiges tun. Was? Eine Anerkennung, weil wir tun es, um zu bekommen. So trickreich ist dieses unser Herz, unsere Sichtweise. Es ist so trickreich, dass die nobelsten Dinge, die wir tun, wir uns nicht Rechenschaft tun. Wir tun sie nicht um des Gebens Willen. Wir tun sie, weil wir etwas davon haben, im Bekommen, nicht im Tun. Aber wisst ihr, in der Natur ist dieses nicht vorhanden. Das Naturgesetz des Körpers läuft anders. Und das Naturgesetz, wo wir uns morgen Abend anschauen werden, es ist eine Fehlsicht des Geistes und sie ist so trickreich, der Geist denkt, ich kann. Wenn ich euch frage, könnt ihr lieben, was werdet ihr sagen? Jeder wird ja sagen. Es wäre schwierig für mich, euch zu beweisen, ihr könnt es nicht. Weil alle denken, ich kann. Wenn ich frage, besitzt ihr etwas oder nicht, was würdet ihr sagen? Besitzt ihr was oder besitzt sie nicht? Wer sagt, er besitzt nichts? Man kann es ja beweisen, man nimmt etwas, man sieht, aber es besitzt etwas nicht. Wir alle denken, wir besitzen etwas. Richtig oder falsch? Guckt euch das mal an. Wir geben, wenn wir es können und haben und geben, warum wollen wir etwas zurück? Warum sind wir nicht mit dem Geben befriedigt? Weil wir geben es doch von uns, nicht? Wir sind doch so liebevoll, so gerecht, so selbstlos in unseren Augen, nicht? Aber letztendlich, was sind wir? Hochgradig. Hochgradig. Ja, weil wir es uns nicht sehen. Wir werden uns nicht sehen. So, wir müssen etwas tun, weil mit dieser Sicht der Dinge, wer steuert mein Lenken? Wer steuert mein Gewinn, wenn bekommen Gewinn ist? Wer steuert mein Gewinn? Ich höre jemand an. Wer hat diesen Mann gesteuert, dass er nie mehr ging? Der wird. Der Wirt hat über ihn völlig bestimmt. Über seinen Handel. Über seinen Ärger. Wahrscheinlich hat er dich jedes Mal geärgert, wo du an dem Wirtshaus vorbeigefahren ist. Gerechte Menschen ärgern sich. Wisst ihr das? Gerechte Menschen haben ein starkes Ärgergefühl. Je größer die Ungerechtigkeit ist, Umso schlimmer ist der Ärger und das Gefühl. Aus diesem Grunde, wenn Bekommen Gewinn ist, dann sind wir nie Herrscher über unseren Gewinn. Dann sind wir mit unserem Geben immer nur Bettler. Immer nur Bettler. Ein Mädchen sagt seinem Mann oder seinem Freund, seit fünf Jahren sind wir zusammen, auch das ist ein Beispiel, das ich sage meinem Freund jeden Tag ich liebe dich. Frauen mögen das zu sagen. Ich weiß noch früher, wo meine Frau ein Zeichen gab, wenn sie sagte ich liebe dich und ich blieb stumm. Das ist doch schön, oder? Du liebst mich, alles klar. Aber warum sagt ich liebe dich? Weil sie von meiner Liebe lebt und denkt, wenn ich dir sage, dann wie geht dir? Gut. So dieses 24-jährige Mädchen sagt jeden Tag, ich liebe dich und sie sagt, aber mein Freund sagt es mir vielleicht einmal im Monat. So sagt sie, ich liebe dich, weil sie liebt oder weil sie geliebt werden will. Woher weiß ich, dass sie geliebt werden will? Woher weiß ich, dass sie nicht liebt und nicht von ihrer Liebe lebt, sondern von seiner. Woher weiß ich? Nein, woher weiß ich, dass es so ist? Aus ihrer Geschichte? Ich weiß es, weil sie zählt. Sie zählt. Ja, manche machen sich ein Kreuz im Kalender, nicht? Oder was auch ich machen. ist fantastisch, nicht? So, es ist so wichtig, was andere tun, dass wir mit unserem Liebesgehaben, anstelle dass wir frei sind, nicht sagen, ich liebe dich, ja, wir sagen, ich liebe dich, bitte lieb mich auch. Gut oder nicht gut? Findet ihr Betteln gut? Oh, ich finde, es würde los. Ich möchte nie Bettler sein. Ich glaube mir, ich will Millionär sein. Ich will geben können, ja, ohne etwas zu wollen. Weil wenn ich gebe, um zu bekommen, bin ich immer der Sklave anderer. Und ich werde immer irgendwo nicht genug bekommen. weil ich meine Leistung in einer gewissen Weise einschätze und schätze ich die Leistung des Anderen geringer ein wie meine, bin ich automatisch wo? Im persönlichen Verlust. Stelle ich sie gleich wie meine, dann bin ich im Nullbereich. Aber ist sie ein bisschen geringer wie meine, bin ich im Verlust und schon bin ich der Gefangene des Anderen. Wenn bekommen Gewinn ist, können wir weder unseren Gewinn steuern und unseren Verlust gar nicht verhindern. Weil was können sie tun, wenn jemand einbricht, indem wir hier sitzen und sie gehen nach Hause sind alles weg. Was können sie tun? Aber wie werden sie fühlen? Ich hoffe, es passiert nicht, aber bei manchen hat es es passiert. Ihr seht, der Mensch ist völlig versklavt. Er hat null Chance, weder seinen Gewinn zu maximieren, obwohl er verpflichtet ist, gewinnen, noch seinen Verlust zu vermeiden, obwohl er verpflichtet ist, Verlust zu vermeiden. Und so ist er immer an dem Wandel eines Anderen dran. Und so steuern den Menschen in seinem Bewusstsein zwei Dinge. Geld oder Materie gibt nur die zwei Sachen oder Menschen oder Tiere Beziehungen und Materie. Mehr gibt es nicht auf der Welt, mehr gibt es nicht. Und diese zwei bestimmen in unserem Bewusstsein unser Leben. Dadurch sind wir nicht frei. Können sie Geld beherrschen? oder Materie? Ja oder nein? Sicherlich nicht. Können sie Menschen bestimmen? Können Tiere bestimmen? Sie leben kürzer wie wir die meisten. Wir können nicht die Kontrolle auf sie haben. Aber wenn das unsere Liebesquenz ist, wenn das ist, wovon wir leben, weil die müssen uns Gewinn geben, durch das, dass sie da sind und wie sie da sind, dann sind wir immer Sklaven. Das mag eine ganze Weile gut gehen, solange man denkt, man kriegt genug. Aber dann, wenn es dem anderen schlecht geht, wenn die anderen Dinge nicht so laufen, wenn meine Liebesquelle nicht so ist, wie ich sie mir wünsche, dann komme ich ins Minus. Und dann, da ich nicht die Minus sein kann, werde ich mich dagegen wehren. Ich werde kämpfen und dieser Kampf macht meine Zellen kaputt. Dieser Kampf macht meine Zelle kaputt. Weil der Geist hat keine Wahl. Denkt er Verlust, muss er daraus. Deshalb kommen uns Verlustgedanken immer wieder hoch. Wisst ihr, das Gewinngedanken wir vergessen? Weil Gewinn ist normal. Aber Verlust, hat ja einer Verlust gemacht vor 50 Jahren, dann, wenn der Verlust groß ist, dann ist er da, so wie heute. Hat er aber vor 50 Jahren Gewinn gebracht, dann musst du lang nachgraben, um das zu erinnern. Weil Gewinn vergessen wird. Man ist ein Leben lang zusammen, vielleicht ein Ehepaar, und alles war immer gut, und dann kommt ein Ereignis, und es macht alles kaputt. Ja, ich denke, die Frage mit den Kindern ist super gut, und vielleicht können wir morgen Abend noch ein bisschen darauf eingehen, ein Kind hat dieselben Bedürfnisse wie ein Erwachsener, weil die Zellen des Kindes sind identisch wie die eines Erwachsenen. Wir können nicht sagen, ein Kind braucht, wie soll ich sagen, ein Kind muss nicht atmen, weil es nur ein Kind ist, oder ein Kind muss nicht lieben, weil es ein Kind ist. Ein Kind steht unter denselben Gesetzen alleine, dass das Kind nicht verantwortlich ist, es versteht es noch nicht. Deshalb bei den Krankheiten des Kindes muss ich nicht das Kind verändern, das kann ich nicht, sondern wen? Ich muss die Quelle verändern. Weil ich weiß, wo daher das Kind sich holt, deshalb muss ich immer an der Quelle arbeiten und das ist die Mama. Ja, wir sind so, wir haben keine Wahl. Ja, wir können nicht reden, aber das wissen wir schon. Und in dem Älter, das ist so eine Geschichte, wir gucken darauf so. Das ist der Anfang unseres Lebens, das ist der erste Denke ich hier bekommen, Gewinn, dann werde ich bestimmt. Haben wir eine andere Definition über uns selbst, weil das hier kommt, weil wir eine falsche Definition über uns selbst haben. Ich kann jedem beweisen, dass er nichts kann und dass er nichts hat. Aber ist morgen Abend. Sonst übernachten wir hier. Und wir müssen verstehen, wenn wir das ändern, wohin kommen wir dann? Zu welcher Fähigkeit? Und ihr werdet sehen, wir sind absolut so gemacht, dass wir gar nicht in den persönlichen Verlust kommen können. Auch das ist nur ein Betrug. Es ist nicht existent. Der persönliche Verlust. Es ist nur ein Betrug. Aber wir müssen es verstehen und dann müssen wir verstehen, wie kommen wir da raus. Weil es reicht nicht, es zu wissen. Weil ich verspreche euch, auch wenn ihr es wisst. Und ich weiß noch ein paar Dinge hier in meinem Willen, die ich immer noch bekommen will, anstelle sie zu geben. Ich denke, das mit den Kindern werden wir morgen Abend, wo wir da hinkommen, besprechen. Ich hoffe, wir haben ein bisschen mehr Zeit noch für Fragen. Ich hoffe, dass dann nicht wieder sehr viel neu da sind, dass ich noch mal so lange Wiederholung machen muss. Aber manchmal ist es wichtig, dass wir ein paar Sätze die Wiederholung und dann kommen wir zum Thema, dass wir eine Lösung haben, weil wir brauchen eine Lösung und die Lösung ist super und wir können selbstständig Menschen werden, so wie wir gemacht sind. Dass nicht meine Frau über mich bestimmt, ich kann sowieso nicht, ich lasse nicht bestimmen, oder ich, dass ich etwas will von ihr, dadurch werde ich bestimmt. So, ich nicht ohne Wasser seid und morgen Abend sehen wir uns wieder.